Die meisten kennen es, das nervige Halten am Bahnübergang. Gefühlt schließen sich die Schranken immer genau dann, wenn man es gerade etwas eilig hat. Und dieses Dashcam-Video aus Russland beweist, den Ungeduldigen gibt das Leben die nachdrücklichsten Lektionen. Denn gleich überquert ein Lkw-Fahrer den Bahnübergang, obwohl der Güterzug noch nicht ganz weg ist. Tja, und zielgenaues Abschätzen scheint eben nicht eine seiner Stärken zu sein. Dumm gelaufen, aber wer nicht warten will, muss eben fühlen.